So, hier ein kurzes Video von meinem Kumpel, seinen M4 in einer mega geilen Farbe. Okay, das ist immer Geschmackssache, aber Konturen kommen mega geil rüber. Das ganze Auto schaut einfach wahnsinnig an. Der wird noch tiefer gelegt. Oder beschichtete Felgen. Und die Aushuffanlage wird auch modifiziert. Farbe ist echt mega. Interieur gut, da hat er gespart. Hier kein Leder drauf. Leider nicht. Ich finde, das macht das Auto schön hochwertig. Schade. Ja, so von der Ausstattung her ist jetzt nichts Großartiges dabei. Aber das Wichtige ist natürlich, der Preis muss passen. Das wisst ihr ja. Und der ist mehr so, dass es außen einfach gut ausschauen muss. Das ist mehr so Straßenbahn, Mensch. Ausstattung wie in der Straßenbahn. Ja, hier fehlen sämtliche Knöpfe. Elektrische Sitzvorstellung hat er mit Memory. Okay, ja. Wie gesagt, das Highlight ist wirklich von außen. Die Haube hier, der Power Dome. Top. Head-Up hat er ja. Das war irgendwie wichtig. Ansonsten, ja. Passt. Ist okay. Außen habt ihr ja gesehen. Ich finde ihn mega. Wir machen demnächst eine kleine Fahrt. Und, ja. Leute, soviel dazu. Ich wünsche euch was hier vom M4. Ciao, ciao.